Ein Ford Tourneo ist hier zum Verkauf angeboten. Neun Personen haben in diesem großen schwarzen fünftürigen Windplatz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 29.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Suffix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 125 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Kögler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Abonniert-Unterelle Vielen Dank.